Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spider-Man. Und wie versprochen machen wir jetzt mit der Hauptstory weiter. Wir sollten ja glaube ich Peters Sachen finden. Der sollte irgendwo in so einem Container drin sein, der jetzt schon abgeladen worden ist. Und der sollte 800 Meter weg sein. Da schauen wir doch jetzt gleich mal hin, ob wir den finden. Auf alles andere kann ich verzichten, aber ich muss mein Spidey-Stick finden. Kann ja nicht so schwer sein, einen kleinen Speicher-Stick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Müssen wir schauen, ob wir das finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Der Spidey-Stick. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Schauen wir hier seitlich mal. Oder vielleicht von oben. Ah, da. Wenn ich nichts kaputt mache, ist es auch kein Einbruch. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Hey, es ist nur eine Vermutung. Aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein. Irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Äh, Leos. Leos. Ja, das könnte sein. Wow, ich liebe Leos. Ich hole Ihnen eine Pizza. Ich bin Ihnen was schuldig. Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Danke, Eddie. Soll ich auch, dass ich es finde, was ich suche? Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Neues Yoga-Studio. Das ist fast auch wie Spider-Man. 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 Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Spider-Man. Was ist das? Wow. Da ist noch einer. Kaffee. 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 Keine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert, wegen der Ausbauungrundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beheilen Sie sich besser. Okay. Die Verbrennungsanlage, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilf uns! Danke, Spider-Man. Kein Problem. Ich hoffe, du hast meinen Stick. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Hier muss er sein. Bitte sei hier. Bitte sei hier. Ja. Ich habe noch mal Schwein gehabt. Ich habe noch mal Schwein gehabt. Es ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Du kannst jetzt die Netzbombe herstellen. Sofort von X drücken. Halt die X drücken, um die Netzbombe herzustellen. Mei, was wir alles für Zeug erstellen können. Oh, das ist auch geil. Okay. Geschafft. Da. Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kaltstein. Was ist das? Die Kostjong sind uns weggekehrt. Da. Das ist nicht dein, der schwindt nicht ein! Jetzt kenn ich keinen Verdammt! Das gibt eine Narbe! Sitze aber, bist du ruhig? Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte es bei MJ versuchen. Okay, die daunen hier, oder was? Okay, sie sind eingesponnen. Okay, gehen wir mal weiter. Hauptstory! Okay. Wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute na... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa. MJs Sofa. Was denk ich da gerade? Ist die da übers Dach reingehen? Hm, ne Benachrichtigung. Hm, anscheinend wurde MJs Story gerade veröffentlicht. Ach, ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Mei. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Home Speed Home abgeschlossen. Hm, sprachnachlich für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo Spinne. Lang nicht gesehen. Fehle ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh oh. Die Stimme kenn ich doch. Okay, machen wir das rein. Black Cat. Black Cat. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Black Cat. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Ah, da ist was. Da. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Juri soll sie abholen. Okay, muss ich jetzt zu der Katze hin, oder? Sie ist so klug. Sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Okay, haben wir schon wieder neue Dinger hier auf der Karte. Oh, jetzt wird es aber ganz schön viel langsam. Black Cat Überwachungen. Aber sie sind markiert auf der Karte. Neuer Anzug verfügbar. Hey, Juri. Du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Bist sie wieder da? Kann sein. Sieh nochmal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Wir schauen mal. Wahrscheinlich wird es für die neuen Anzüge, die Black Cat Dinger brauchen. Hey, May. Du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter. Das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich... Nein. Nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber... Habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Ne. Wishlist. We are not paying attention to me. Scheid, we are not paying attention to me. We are not paying attention to me. Natürlich. hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Ah, da hinten, oder? Hab dich! Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Okay, jetzt schauen wir aber mal, was wir jetzt für Anzüge bekommen haben. Ah, da, der ist neu. Verbrechend, aber hier sieht ja scheiße aus. Was haben wir hier bekommen? Erhöht die vom Fokus gehalte Menge Machen wir das doch mal. Tauschen, ja. Warte mal, was war denn hier drin? Hier war das... Ich wollte eigentlich schon ähm den Nahkampf schaden. Das lassen wir drinnen. Und dafür, was ist das gewesen? Geräte Geräteangriffe generieren wir. Fokus, Kampf-Tech Machen wir hier mal die Heilung rein. Was haben wir da noch Neues bekommen? Gescannte Feinde bleiben markiert, bis der Kampf beginnt. Okay, ja, das lassen wir jetzt. Da gebe ich jetzt nichts dafür aus. Okay. Da oben ist noch so ein Blackhead-Ding. Hier sind noch Labore. Die können wir noch lösen. Da oben würde die Hauptmission weitergehen. Oh, ein Haufen Zeug. Ich muss jetzt echt mal Off-Screen machen, Leute. So viel Zeug zu erledigen hier wie das oben. Hier sind auch noch mal drei Gebiete. Die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Aber ich wollte erst mal hier alles erledigen, soweit. Da kommen wir auch mal noch im Forschungslabor. Freunde, ich habe neue Infos zu Adrian Toomes alias Vulture. Der geflügelte Kriminelle scheint unter Krebs zu leiden und wohne in die Krankenstation des Raft verlegt, was die Öffentlichkeit ein Vermögen kosten wird. Ich frage Sie, warum gibt es eine Krankenstation im Raft? Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis voller Irrer. Lasst der Natur ihre Laufwände krank werden. Das ist brutal. Aber die Steuern sind das auch. Das ist eine Kriminelle. Machst du es? Okay, machen wir das mal auf hier. Okay, das Zeug in dieser Station. Revolutionär. Wenn wir es zum Laufen kriegen, genetisch manipulierte Bakterien die Plastik in harmlose Komponenten auflösen. Ich hoffe wirklich, dass wir die Kinderkrankheiten beseitigen können. Schauen wir mal, das sehen wir jetzt gleich. Das ist ein frühes Projekt von Mom. Wir wollten Bakterien entwickeln, die das ganze Plastik im Ozean auflösen. Aber uns, also ihr, blieb keine Zeit mehr. Wenn dir etwas dazu einfällt, machst du sie sehr glücklich. Hm, mit ein paar genetischen Tricks könnte ich das Rätsel lösen. Aber ich brauche ein besser ausgerüstetes Labor und die Bakterien leben nur in Flüssigkeit. Moment. Meine Netzflüssigkeit. Ich halte die Bakterien in meiner Netzpatrone am Leben. In der ESU gibt es vielleicht die notwendigen Chemikalien. Okay, schauen wir mal. Oh je, die Bakterien haben mein Netz aufgelöst. Sie sind in der Patrone zum Schwingen. Die anderen Netze müssten okay sein. Jetzt muss ich ohne Schwingen zur ESU. Oh, nie, oder? Die Netzschwungnetze sind okay. Hey, Spider-Man. Komm später rein. Nun gut, ist ein gutes Training. Ich muss mich beeilen. Wer weiß, wie lange die Bakterien lebensfähig sind. Eine gute Übung. Selbstvergabe habe ich gerne. Man könnte meinen, die hätten noch nie einen an der Wandjoggen sehen. Dann können wir hier kein Auto klauen. Dann können wir nicht so mal bis durch die Stadt rennen. Hey, Stevie. Was sieht ihr das an? Okay. Dem Gesetz nach müssen Sie Chemikalien in diesen Containern entsorgen. Da müsste was brauchbares drin sein. Alles bereit. Jetzt muss ich alles in Dr. Octavius' Labor zusammenstellen. Ich würde die U-Bahn nehmen, aber die Bakterien würden nicht so lange überleben. Oh, oh, oh. Eine andere Karte. Oh, oh. 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 wenn wir da sind okay aber wir können es müssen neutralisieren jetzt unsere zieler geht so scheiße so okay jetzt noch das bindemittel okay die sind doch alles da eigentlich oder wir arbeiten die probe jetzt mit der industrie zentrifuge die bakterien aus der netzflüssigkeit extrahieren um sie sicher aufzubewahren ich muss nur die bakterien isolieren der scheiß wieder los das muss doch eigentlich jetzt so gehen oder es gibt nicht das müsste gehen und dann tue ich den hier her und somit passt der das ist ja 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 Der war falsch. Diesen hier? Dabei noch ein Zweier. Der passt auch nicht. Der passt nicht. Ah, da oben ist er. Da ist er. Ne, ne. Ich habe jetzt nur die zwei hier. Ach, jetzt habe ich es gesehen. Einmal. Ne, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Der müsste eigentlich passen hier. Der passt. Jetzt brauche ich aber noch einen Einzelnen. Einen Einzelnen habe ich aber nicht. Das heißt, wir müssen den hier rüber tun. Einmal. Hä? Was anderes habe ich hier. Das habe ich hier doch aber gar nicht mehr. Nein. Der muss aber hier unten rein. Kann ich jetzt den hier rüber tun. Ne. Das geht nicht. Irgendeiner ist hier faul. Der passt nicht. Hä? Ich habe jetzt nur noch die drei hier. Ja. Ja. Das geht nicht. 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 Hier kann der auch nicht sein. Der kommt auf jeden Fall hier hin. Jetzt bin ich wieder so weit wie vorher. Der muss. Der würde jetzt hier passen. Und den mal da rein. Den tun wir mal raus. Jemand. Oah, den nicht mal raus. Oh, den nicht mal raus. Ich guck doch. Oh, der passt nicht. Was denn da los? Den da nicht aufzunehmen. Ich brauche jetzt noch einen einzelnen. Den haben wir aber nicht. dann kommt ja hier rein so und das bräuchte ich noch einen der passt aber nicht was denn ist für ein scheiß wenn ich den hier in packe das geht nicht ich Jetzt fehlt mir hier aber was. So muss es gehen. Okay, ein bisschen gedauert, Leute. Okay, verlasse das Labor. Können wir hier noch was machen? Oh, haben wir da ganz schön was verfügbar. So, einmal. 3. Und plus 3 minus 1 ist 2. Das ist 0. Und dann wieder ein 2er rein. Jetzt haben wir plus 2 minus 1. Plus 2. Das ist 0, minus 1, minus 1. Und dann brauchen wir... Dann müssen wir den hier reinpacken normalerweise. So, jetzt brauchen wir... Plus, jetzt kommen wir da gar nicht hin. Ah, den müssen wir nochmal wegnehmen. Hier muss ein 3er rein. Hier kommt der minus 1 rein. Hier kommt der... 3er rein. Also wir sind bei 5. Genau, und dann kommen wir noch minus 1. Das sind die tête. okay die dinger sind klasse viel flexibler als herkömmlich befestigte achsenmodelle das gerne einfache kai die die prothesen funktionen mit der zeit verbessert willkommen in der zukunft drei Okay. Oh. Also ein Dreier. Okay. Äh. Äh. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Alles gern gesehen. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi. Tschüss. 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 Tschüss.